Hi, ich bin Marcel. Eigentlich studiere ich Werbung an der Hochschule Makromedia in Berlin, doch die letzte Woche habe ich an der Côte d'Azur verbracht. Genauer gesagt in Cannes. Obwohl es da super schön ist, war ich nicht zum Baden dort, sondern weil sich etwa 15.000 Teilnehmer aus über 100 verschiedenen Nationen versammelt haben, um die neuesten Trends und Praktiken in der Werbung zu diskutieren. Das Cannes Lions International Festival of Creativity, wie es genannt wird, ist das Ereignis in der gesamten Werbungbranche. Wie wichtig es ist, merkt man schon allein daran, wer alles dort ist. Denn es sind die führenden Marketingchefs und CEOs der Welt vertreten. Und eben nicht nur die, sondern auch wir, Studenten von der Makro. Und es ist super cool, sich von diesen Leuten inspirieren zu lassen. Jetzt wurde ich natürlich gefragt, was ich aus dieser Woche alles mitgenommen habe. Und da ich das Ganze nicht in Worte fassen kann und will, habe ich euch ein paar Videoausschnitte zusammengestellt, die ich euch gerne zeigen möchte. Also vielleicht seid ihr nächstes Jahr mit dabei, guckt sie euch an und dann viel Spaß. The truth is, I'm not certain where you will find your best ideas. But I'm certain where you won't find them. And you won't find them looking at the places where everyone else is looking. The truth is, I'm not certain where you will find them. I'm blueprinted to make this world much better. I'm blueprinted to make this world much better. All right. All right. We'll find the same.